Moin, ich bin's Younes, heute kurz und smart. Was kann eigentlich das iPhone SE? In meiner Hand halte ich Apples neuestes iPhone-Modell, das SE. Sieht optisch ungefähr so aus wie das 5S, das kennt man ja, das ist nur einen kleinen Tick noch hübscher. SE steht für Special Edition und der Name ist absolut Programm, denn die Leistungsfähigkeit des 6S wurde hier in das Gehäuse der Modelle 5 und 5S gepackt. Mit den offiziellen Preisen von 489 Euro für 16 GB und 589 Euro für 64 GB ist es für Apples Preispolitik vom Verhältnis her relativ günstig. Jetzt schauen wir uns das SE mal genauer an. Es verfügt über ein 4 Zoll Display, was natürlich wesentlich kleiner ist als das Display des 6S. Ja, und genau das ist für viele das Kaufargument. Viele bevorzugen ja trotz des Trends zu großen Displays eher kleinere Formate, denn die passen einfach besser in die Hosentasche und das Handling mit einer Hand ist deutlich einfacher. Das Äußere ist nebensächlich die inneren Werte zählen. Ja, und die sind extrem gut beim SE, denn Apple hat nämlich einen leistungsfähigen A9-Prozessor aus dem 6S verbaut. Damit ist das SE viermal schneller als der A7-Prozessor aus dem iPhone 5S. Apple hat sie natürlich nicht lumpen lassen und den M9-Motion-Cope-Prozessor aus dem 6S verbaut. Damit könnt ihr Funktionen wie zum Beispiel Fitness-Tracking oder auch die Erstellung von hochauflösenden Videos wie beim großen Bruder, dem 6S, nutzen. Das Geniale ist, dass das SE trotz seines kleineren Displays mit einer Auflösung von 640x1136 Bildpunkten die gleiche Grafikpower hat wie das 6S. Somit erreicht das SE Frameraten, die doppelt so hoch sind wie die des 6S. Ja, und damit ist es auch, zurzeit zumindest, das leistungsstärkste Smartphone der Welt. Im SE ist auch dieselbe Kamera verbaut, mit der Apple auch schon das 6S ausgestattet hat. Das heißt 12 Megapixel und hochauflösende Fotos in Kompaktkamera-Qualität. Und das testen wir jetzt mal. Achtung Jungs! Foto! Einmal lächeln! Außerdem könnt ihr hochauflösende 4K-Videos mit Bildstabilisator drehen. Boah, die Qualität ist echt schon richtig geil! Aus Kostengründen und aufgrund der Größe sind nicht alle High-End-Hardware-Features aus dem 6S verbaut. Zum Beispiel die Touch-ID stammt aus der ersten Generation und braucht einfach ein paar Sekunden länger als beim 6S. Klar, der Akku ist natürlich kleiner als der des 6S, aber aufgrund des energiesparenden A9-Prozessors kommt ihr sehr entspannt durch den Tag. Kurz und knapp. Wer auf Smartphones mit den kleineren 4-Zoll-Displays steht, aber nicht auf Performance verzichten möchte, der ist sehr gut mit Apples iPhone SE beraten. Vor allem zu diesem Preis. Was bevorzugt ihr denn eigentlich? Mögt ihr eher die Smartphones mit den kleineren 4-Zoll-Displays oder doch die größeren mit rund 5 Zoll? Oder habt ihr euch eventuell sogar schon das SE geholt? Dann her damit mit euren Erfahrungsberichten. Einfach hier ins Kommentarfeld schreiben, würde ich mich sehr drüber freuen. Genauso wie über ein Abo. In diesem Sinne, bis ganz bald, euer Younes. Weitere Musik Abo